Herzlich Willkommen Leute, Prime with Dave am Start, wieder mit dem Format Friss Das und heute baller ich mir den Golden Toast ins Gesicht. So wie man es kennt in dem Format, ich habe es einmal mit Marshmallows gemacht, jetzt mit dem Toast. Pro Kill nehme ich ein Stück in den Mund, beim Toast wird es natürlich gefährlich, dass ich noch Luft bekomme, darf ich nicht übertreiben. Und wir schauen mal wie viele Kills wir machen. Ich hoffe nicht 20. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes pro Kill in den Mund nehmen muss. Let's go! So Freunde, jetzt geht es los. Ich fliege nach Rocky Reels, dass wir hier ein paar Waffen ergattern können, dass ich ein paar Kills machen kann. Ich habe Hunger auf Toastbrot. Mal schauen. Also hier fliegen schon mal einige mit. Das kann gut sein oder schlecht für den Magen. Jetzt schauen wir mal. Da oben ist einer. Jetzt brauchen wir erstmal eine Waffe. Ja, geht besser. Geht besser, da gehen wir jetzt erstmal vorsichtig. Oh, gute Kiste. Ja, das schaut schon mal auf jeden Fall besser aus. Jetzt gehen wir uns erstmal ein bisschen healen. Nicht, dass die Runde gleich vorbei ist. Das ist immer die Gefahr, dass die Runde ziemlich schnell beendet ist, wenn ich gleich gekillt werde. Deswegen bin ich jetzt nicht direkt nach Tilted geflogen. Aber ich muss sagen, hier landen mindestens genauso viele Leute. So, jetzt sind wir eigentlich einigermaßen ausgerüstet. Jetzt gucken wir mal. Da ist keiner. Da auch nicht. Wo sind die denn? Wo seid ihr? Jetzt schauen wir mal. Da ist da der Baller-Demand. Da ist einer. So, jetzt. Komm her. Vegeta. Vegeta. So, den ersten Killhammer, Leute. Das bedeutet, ich reise mal ein Stück ab. Jetzt hör mich, was lege zur roaming. Ich死uche mal ein Stück ab. Manners nicht. Manners nicht. Manners nicht. Manners nicht geschafft aus. Gemüch ist nie pass auf. Oh, geht los, geht los, geht los. Hm? Oh. Hm. Hm-hm. Also, yes. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh, die Kisten. Hier sind so viele Kisten, Leute. Oh. Wenn ich jetzt noch ein paar Kisten mache. Alter, ich kann ja nicht mehr mal reden. Oh je, Leute. Hm-hm. Hier noch einen Hadey Sniper. Hm-hm. Oh, gut. Hier noch einen Hadey Sniper. Und hier habe ich etwas Wichtiges von hier. Hadey Sniper. Oh, das ist ein Hadey Sniper, und ich weiß nicht, dass man sagen und ich bin. und ich habe einen Schaden, wo ich zu finden gehe. Holger, das war knapp. Hä? Ja. War da einer? Da, wie wichtig ein Felsen. Da ist ein Gegner. Ah. Hmm. 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 Oh! 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 Oh, 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 oh! Komm! Wow! Hahaha! Hahaha! Hm? Oh, du? Ich bin in einem Grunde, ich bin in einem Grunde, ich bin in einem Grunde. Oh, das muss ich noch rechnen. Nein, das ist geil. Oh, ich kann... Hm. Ich hab mir... Ich hab mir früher so viel Großbrunn in den Grunde gestellt. Bitte, du bist Gegner! Nein! Nein, ich soll wieder Gegner! Bitte nicht! Hoffentlich ist es Spur und Linder dabei. Nein! Oh, ich will... Was ist das? Ja, ich will! Ich hab nicht den Grunde gesagt. Echt? Oh! Man! Wo war' man? Roll it, It's guys. Nine, Slides 2. Nein. Nein, Goale! Slides 2! I'm wrong, right? Ich habe auch noches. Hmm? Mh 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 Kann ich es nicht mehr Okay Mh Drei zu Oh Mh Oh Mh 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 Gekekek이에요 Yeah Gon impose Drei ke Wright Es gibt teuer Ja Wir können mal Also to sind Wenn das ein Wind wird, wird ich ein Vogtronner. Okay. fellsicht! Ich glaube, ich mache ihn nicht! Ich bin nicht in den Kanar. Das ist nicht so wichtig. Es ist nicht witzig. Ich habe es noch nicht witzig. Es ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Ich werde es noch nicht witzig. Das ist nicht witzig. aber es wird auch nicht witzig sein, Sonst schliefern wir uns nicht witzig. Machen wir mal Wir haben die... Nein, keine Mh Kommt noch nicht Mh, 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 mh 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 Waaah 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 Leute, schreibt in die Kommentare, was ich als Nächstes essen soll, ok? Was ich als Nächstes essen soll, ok? Was ich als Nächstes essen soll Wollen Sie wieder ein Like Und ein Abo Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao!